Abseits der Hektik leben, umgeben von idyllischen Weingärten, Wiesen und Vogelgezwitscher und trotzdem nicht auf städtische Infrastruktur verzichten. Die GEDESAG macht diesen Wohntraum wahr. Neben der einzigartigen Lage überzeugt die Wohnhausanlage Schlossparksiedlung Kremsk-Neixendorf mit vielen weiteren Highlights wie einem zentralen Freibereich. Grundsätzlich ist der große Freibereich geschaffen worden, um hier auch einen Schwimmdeich unterzubringen, den die Bewohner im Sommer vor allem nutzen können und auch als Gestaltungsobjekt des großen Freibereiches sowie Kinderspielplatzbereiche. Die ebenso großzügig gestaltet sind wie die Wohneinheiten selbst. Jedes der 25 Reihenhäuser verfügt über eine Wohnfläche von 94 bis 100 Quadratmeter. Zur Verfügung stehen auch 25 Wohnungen mit 55 Quadratmetern. Bei der Errichtung setzt man auf Nachhaltigkeit. Grundsätzlich wird die Anlage in Niedrigenergiebauweise errichtet. Wir haben eine Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserproduktion. Es wird auch eine Photovoltaikanlage errichtet mit einer Stromdankstelle für die Beladung von Elektrofahrzeugen. Und so wird ein Zeichen in Sachen Klimaschutz gesetzt. Die Fertigstellung der geförderten Wohnanlage ist für August geplant. Nähere Infos zur Schlossparksiedlung Kneixendorf gibt es auf www.gedesack.at www.gedesack.at